Nach dem ganzen Stress bei der Übergabe des Wohnmobils und dem Einchecken auf den Flughafen in Auckland hat man im Flugzeug erst einmal wieder etwas Ruhe. Unser erstes Flugziel ist Signapur. Bis Frankfurt müssen wir zwei Nächte im Flugzeug überstehen. Zeit genug um in sich zu gehen und für einen Rückblick der Erlebnisse in Neuseeland. Es war eine schöne Zeit, die wir nicht vergessen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Zusammenbringen In Signapur haben wir vier Stunden Zeit bis zum Abflug nach Frankfurt. Der Flughafen in Signapur bietet so viel Abwechslung, das in vier Stunden kein Problem. Der Flughafen in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur. Der Flughafen in Signapur in Signapur in Signapur. Der Flughafen in Signapur 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 in Signapur. Der Flughafen in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur. Der Flughafen in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur. Der Flughafen in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur in Signapur. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018